Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines vollständig barrierefreien Informationssystems im Tierpark und Fossilium Bochum. Multimodale Zugänge über eine App, Hör- und Taststation sowie ein blinden Leitsystem ermöglichen ein inklusives Tierparkerlebnis für alle Besuchenden. Moderne Technologien wie 360-Grad-Videos, Augmented Reality und Spiele bringen Spaß und Wissen. Ein inklusives Tierparkerlebnis für Besuchende jeden Alters ist Teil unseres so wichtigen Bildungsauftrags. Durch die Partnerschaft regionaler Unternehmen verknüpfen wir branchenspezifisches Fachwissen und schaffen ein innovatives Angebot. Gemeinsam setzen wir Maßstäbe für eine nachhaltige Entwicklung, für eine chancengerechte Bildung mit Zugang für alle Bevölkerungsgruppen ohne Ungleichheiten.